so herzlich willkommen zu einem video ich kann euch sagen das video heute wird wirklich krass krasser am krassesten von der technik her wir sind nämlich heute bei einem traktor pooling team dieses team hat nicht ein traktor sondern drei es geht dabei darum ein gewicht zu ziehen dieses team heißt green monster racing team zumindest bei instagram wir gucken gleich mal die genauen details dazu aber ich kann euch sagen das team ist aus dem fernsehen bekannt weil es ist wirklich von der technik und von materialmord her und von der kraft her und von der power her wirklich die absolute oberliga ich will nicht wissen was da alles kaputt geht was da an geld drin steckt was da an technik drin steckt weil das ist definitiv mehr als trecker nehmen und gewicht ziehen sondern das ist wirklich die oberliga das ist richtig motorsport wir stehen hier schon in dem lkw der alleine gebraucht wird um die traktoren zum event zu kriegen man braucht einen mobilen kragen oder zwei um die motoren daraus zu kriegen denn es ist wirklich alles groß größer am besten nach dem motto viel hilf viel aber ich würde sagen wir gehen jetzt mal zu toby dem teamchef und gucken uns das ganze mal an haben wir gefunden darf ich euch vorstellen toby du bist der teamchef ja genau wir haben dann schon so ein bisschen euren truck von innen begutachtet und haben schon festgestellt dass das alles scheinbar ziemlich groß und massiv sein muss weil mit dem deckenkran ja also motor pro motor das heißt es sind mehrere drin genau wir haben drei traktoren einer mit zwei motoren der leichten klasse auch mit zwei und einen großen viertonnen klasse jetzt mit drei flugzeugmotoren ausgestattet also dreimal 2500 ps genau das klingt doch nach leistung ich würde sagen wir gehen mal rein weil hier ist so ein bisschen windig und gucken uns das ganze mal es ist auf jeden fall sehr lindlich hier ja ok auf jeden fall schon mal wartungsfreundlich weil man kommt überall ran aber das ding besteht ja eigentlich nur noch aus motor und hinterachse getriebe kupplung fliegkraft kupplung jeder motor hat eine fliegkraft kupplung und bevor wir zu sehr auf die technik eingehen ihr seid wie ich sehr intim aus mehreren neun 1978 hat das damit angefangen und dann sind wir so um die jahre immer dabei gekommen ein harter kern von ca acht leuten wenn alle da sind also schon richtig tradition eigentlich tradition auf jeden fall ich vermute mal green monster kommt davon weil es war ursprünglich mal normaler trecker der wahrscheinlich umgebaut wurde oder ganz der nahe zustande ja sind die mit dem v8 angefangen oder mit dem irc sondern ganz alten und dann kam irgendwann ein 1981 der erste flugzeugmotor und dann kam auch der name green monster zustande und seit 1981 gibt es dann das green monster in verschiedenen varianten ja für mich einfach also ich bin wirklich gespannt was wir heute so zu sehen bekommen weil da muss man schon echt einen am helm haben um sowas zu bauen vielleicht sieht ja auch jetzt man sieht ja auf den ersten blick das ist ja auch alles nicht gerade kostengünstig aber dieses eigentlich unser teuerster schlepper mit weil er sehr auf leichtbau fixiert ist mit zwei flugzeugmotoren in der 2,5 tonnen klasse macht das echt noch thema leichtbau weil es nach oben hin eine begrenzung in der klasse gibt was so ein ding wiegen darf oder warum leichtbau genau es gibt die klasse ist nach gewicht limitiert also 2,5 tonnen 3,5 und 4 tonnen und jetzt hier sind wir dann mit zwei flugzeugmotoren in der ganz reichen klasse mit dem nix okay dann erklär doch mal einmal ganz kurz worum es bei dem sport eigentlich geht wie das ganze entstanden ist was das so auf sich hatte früher traktorpulling ist ein zuchtkraftwettbewerb die bahn ist 100 meter lang da kommt ein bremschlitten hinter je weiter man den bremswagen zieht je schwerer wird er und dann wird mit dem laser gemessen wer halt am weitesten kommt und dann spielt eine ganz große rolle reifen chassi motoren wenn das alles zusammen top abgestimmt ist dann das heißt das gewicht drückt sich richtig in boden rein und man zieht es eine kufe und der hinten die back nennen wir das gewicht läuft während der fahrt weiter nach vorne bei jedem gleich und ja wenn wir jetzt so einen ganz normalen trecker nehmen wie man ihn vom bauernhof vom feld kennt und so weiter schafft er das überhaupt so ein ding zu ziehen ansatzweise ein bisschen ja das ding liegt 25 tonnen ungefähr und klar kann er seine verschiedenen gänge einstellen wenn wir sagen sind alles die gleichen schlepper dann können die schon immer bremsen und bei den stärkeren wird dann mehrgewicht reingepackt und ein größerer vorschub dass man auch acht neun tausend ps bremsen kann krass also ziel ist ist die 100 meter überhaupt erst mal zu schaffen genau wenn jetzt zehn starter sind wir jetzt die die über 100 meter kommen die haben wohl pull und die guten gehen dann stechen dann wird noch mal eine schwere einstellung gemacht wie groß ist da so die chance dass man das schafft die 100 meter eigentlich sehr ja das bremswagen team weiß schon wie sie welchen trecker zu handeln hat und vor der klasse die 100 meter die filtern eigentlich immer die besten vier bis fünf aus damit sind spannendes stechen gibt aber man stechen heißt nicht man fährt nicht gegeneinander ist es immer nur eine bahn oder gibt es das ganze auch eine bahn die wird immer wieder zwischen jedem zug präpariert mit walze und erdhobel und ist immer der gleiche bremswagen ist alles zug wendel ist in der höhe immer gleich eingestellt dass es fair ist für alle die an start gehen und wie ich sehe betreibt ihr das auch scheinbar ziemlich professionell erfolgreich seit jahren gibt es da gibt es da echt so viele veranstaltungen von dass man so viele pokale sammeln kann das sind ja jetzt 40 jahre wir hatten mal jahre dabei wo wir pro wochen eine dreipötte mit nach hause gebracht haben jetzt zwei manchmal auch keinen also das ist abgesehen von diesem jahr wie oft könnt ihr normalerweise fahren wir haben circa 15 bis 20 wettkämpfe in ganz europa fast mehr als viertelmaleren die wir haben und das liegt dann jetzt seit ein paar jahren können die veranstalter unterschiedliche klassen buchen das kann sein dass wir mal nur mit dem mit das green monster losfahren das kann auch sein dass wir mal nur mit dem green fighter losfahren das ist dann ein bisschen gesplittet aber es gibt auch veranstaltungen wo wir dann mit drei traktoren an start gehen und dann werden alle klassen gefahren gibt es da auch was zu gewinnen oder ist das immer nur mehr so nur für den pokal und die show wie ist das in deutschland also gibt schon sich geld also deutsche meisterschaft fahren wir mit da gibt es kilometer geld pro gefahrenen kilometer und sich geld ja jetzt haben wir ein beispiel der vier tonnen klasse für den ersten platz 500 euro eigentlich peanuts wenn ich das hier sehe ist wahrscheinlich das anmachen teurer 500 euro und beim euro cup wenn wir damit fahren gibt es für den ersten platz 2100 euro da gibt es aber kein kilometer geld also wenn ich jetzt nach schweden hoch fahre dann ja klar dann folgen mit den dingern kriegt ihr alle drei in den lkw rein? nee zwei und wir haben noch so ein von der firma so einen mini sattel so einen kleinen da packen wir dann den dritten auf aber das ist maximal zwei bis dreimal im jahr wo wir dann gleich mit drei trägern zur veranstaltung fahren aber das ist jetzt nicht die zweieinhalb tonnen klasse? doch das ding wiegt nur 200 tonnen? deswegen sind da titan ausproboren aluminium kupplungsglocken oder ich hätte jetzt gedacht allein das so ein rad hier das ding wiegt doch schon 300-400 kilo oder so ein stamm? nein 180-190 kilo einen hinterrad mit felge stelle ich mir die frage warum die autos immer noch so schwer sind weil das ist ja da ist ja wenigstens mal richtig masse und technik dran und nicht irgendwie nur so ein kleiner motor mit ein paar plastik teilen alle motoren sind komplett aus magnesium das ist alles schon damals wir haben flugzeuge auf leichtbrau getrimmt und die haben noch mal ein bisschen was abgeschreckt abgeschmissen was über ist okay wo fangen wir an klasseneinteilung nach gewicht auch unterschiedliche motoren beziehungsweise ein motor zwei motoren zwei motoren der drei der drei sogar aber der ist noch die alte also die motoren untereinander haben verschiedene leistungsstufen sagen wir mal das heißt mit drei motoren ist er dann über 200 tonnen das ist noch mal eine größere klasse das ist die vier tonnen klasse der ist mit drei flugzeichen motoren ganz groß und modified aber da kann man den hinteren abnehmen um in der kleineren klasse zu fahren haben wir früher gemacht machen wir jetzt nicht mehr weil wir gesagt haben jeder trecker in einer klasse mit 100 prozent an start und gas und am besten gewinnen als allererstes muss ich jetzt einmal fragen was ist eure motivation wochenende für wochenende auf solchen events mit so einem trecker zu hängen und das gewicht da so zu ziehen weil es ist ja eigentlich mehr so du sitzt ja wahrscheinlich drin ist natürlich trotzdem so dass du auf dem punkt genau alles richtig machen musst aber es ist jetzt ja was anderes wie jemand der woche für woche rennschrecke fährt oder so um eine kurve da muss man ja schon irgendwie so ein fail dafür haben dass das es laut ist knallt man angst hat es fällt gleich alles auseinander und so weiter oder nicht alles eigenbau selbst konstruiert und wenn man dann auf der bahn fährt und kann gegen die anderen gegen anstinken kann man dann motiviert einfach immer wieder wenn man schlechter ist dann motiviert wieder mehr dass man besser wird also ist es schon so der aspekt weil das habe ich nämlich beim eigenen autobauen auch immer so dass man eigentlich spaß hat selber was zu bauen und das ist halt am ende dann auch wieder funktioniert und halt einfach einfach geil ist so ok ja das kann ich verstehen schrauben ist genauso schön wie die wochenende wenn man da kein zeitpunkt hat wenn so ein wochenende durchschnittlich nochmal verläuft wie sieht das dann aus was muss danach alles gemacht werden also wie oft fahrt ihr dann so ungefähr mit jedem trecker maximal dreimal ok aber normalerweise zwei züge in ersten qualifikationslauf in der folie schaffst dann entstechen und dann ist eigentlich ab da eigentlich wenn es gut läuft ok das heißt zwei drei läufe und dann viel dann oder geht wir lassen das öl ab das öl wird abgekocht wir haben so einen kochtopf da der methanol was eine kolbenringe dran vorbeipisst dass das wieder aus dem öl raus ist damit wenn ich jedes mal neues motoröl benutzen und da können wir da eigentlich mit einer ladung ein ganzes jahr fahren echt ja also ein zug ist zehn bis zwölf sekunden ein bisschen mit warm laufen lassen und das war es das eigentliche chassis ist auch komplett eigenbau das ist nicht so dass das das irgendwann mal ein trecker war sondern das komplett im 3d gezeichnet alles und dieser trecker war eigentlich komplett vorher im 3d fertig bevor wir gesagt haben wir legen los zu bauen und da haben wir zwei motoren die ursprünglich aus dem flugzeug kommt das heißt wenn die jetzt kaputt sind muss ein flugzeug geschlachtet werden wir haben noch gute reserven da können wir gleich mal gucken gute reserven das klingt so als wenn da noch 20 stück stehen also das heißt irgendwann ist da vorbei wir bauen auch viel selber laufbuchsen werden selber gedreht kurbel werden sind noch original hauptlager sind schon neue die wir uns anfertigen lassen haben dann kolben sind auch rennkolben drin ventile sind auch ein rennsport zylinder köpfe werden auch überarbeitet mal werden blöcke geschweißt auch wenn loch drin ist aber trocken löcke hatten wir so lange nicht mehr okay also eigentlich ein v12 aus dem flugzeug mit was für einem sprit wurde der flugzeug betrieben kerosin kerosin ok und was für eine leistung hat er da gehabt tausend euro also ihr leistung ungefähr verdoppelt kann man sagen ohne dass der einfach in der mitte sich spaltet und auseinander fällt also wenn er richtig schön rund läuft aber eigentlich meist durch fehlzündung öl im ansaue wo sie dann mal ja motor auseinander geht ok v12 ist das nur ein geteilter auslassung ist das ein vier ventiler schon vier ventiler aber auch serienmäßig damals schon im flugzeug da vorne liegt nur ein zylinder kopf können wir gleich mal gucken technik vom feinsten damals genau ok also mit sprit methanol genau und deswegen hat er auch rein gar keine wasserkühlung irgendwas wir fahren ja nicht stunden lang oder minuten wir lassen ihn warm laufen immerhin und dann kriegt er 10 sekunden 15 sekunden vorlast sondern ist auch schon wieder gut gewesen das heißt immer wasser raus nach dem nächsten lauf wieder frisches kaltes wasser rein genau also wasser kommt mit dem motor verbrennt sofort und nach dem laufen lassen müssen wir halt neues wasser auffüllen das ist halt wirklich nur für kühlung für den lader jetzt am üben also geht er rein zwei liter oder so pro 100 meter dann wasser die eingestützt werden v12 wie viel hubraum 27 27 liter was dreht so was für umdrehung macht dieser dreht maximal 552 so und die originalen motoren die sind so bei 4.200 4.500 bis der arsch ab jetzt gedacht viel viel weniger so dann fangen wir mal an also v12 hier ist ich sag jetzt mal nicht topolader sondern eigentlich ist es ja mehr ein zentrifugal verdichter der über den riemen getrieben ist so heißt es fachmännisch oder so kann man da kann ich das aufmachen das ist natürlich mal okay ja das ding mit 50.000 umdrehungen ist natürlich kein spaß mehr also vom material auch musste alles hinterlegen für einen verein für sicherung dass da keinen scheiß passiert der stahleinsatz ist ja auch noch vorne das ist auch eine rein sicherheit weil einfach das ding dann schon so eine masse mit der drehzahl hat dass wenn da mal was abreißt ist 50.000 drehungen so ein rad dann kann man sich ja vorstellen das wird gefährlich passiert genau deswegen ist ja auch so ein schutztuch drum das heißt das ding hier das ist richtig kugelsicher tschung ist das ein rad die lagen sind auch vorgeschrieben da macht man sich immer so im auto gar keine gedanken drum bei so einem turbolader schaden oder so ne weil einfach das rad so kleines und keine masse hat aber was das ist wahrscheinlich was wiegt so ein rad ein kilo oder so mehr sogar noch das thema ist in einer anderen gewichtsklasse oder bei den turboladern die sind auch mittlerweile bei 5,1 zoll pro stock klassen nennt sich das und die hatten auch probleme dass die abgerissen sind die wellen das war aber ich sag mal gleich teilweise teilweise schlecht gemacht wie auch immer und da sind öfters mal die lade dann entsprechend die wellen abgerissen und wirklich ein verdichter hat das auch manchmal ja weggeflogen ist immer so dass nichts passiert ist zum glück aber seitdem sind die sicherheitsvorkehrungen auch das reglement wurde entsprechend nach gebessert und dann haben wir halt sofort diese besten drum gemacht genau ja die besten sowieso aber auch diese kreuze jetzt weiß ich als ich letztes jahr auf asima war in lasvegas da habe ich solche räder rumliegen lassen jetzt weiß ich rumliegen sehen jetzt weiß ich wie die zum einsatz kommen alter heftig okay wenn das natürlich damit 50.000 genau das wollte noch ein paar kilometer das hat komplett unser sponsor gefräst okay genau eigenhergestellt eigentlich ja richtig den ladern haben wir ja selbst entwickelt folgen richtig schon mit verzahnungen ja original also ich weiß nicht brotschaft ist vielleicht ein begriff und wir sind damals mal mit dem brotschaftler angefangen der war aber für uns aber nicht standfest genug dadurch dass wir relativ krasse drehzahlschwankungen während des zuges haben und die gesamtübersetzung zwischen motor zum lade ist bei uns relativ heftig und da sind die reihenweise also wir konnten die übernachstellen fünf züge dann war das ding platt platt quasi immer im wechsel zwischen usa und uns hatten wir immer so im transfer welche die quasi zum rennen passend wieder da waren und wirklich umbauen konnten das ist echt großer druck was sind das hier so 180 millimetre oder 160 millimetre einlass das müsste 100 55 eigentlich wir haben so ein paar optionen und das ist aber das was wir aktuell so fahren heftiges teil wir können noch größer und das heißt über was für lade kriegen wir dann hier am ende zwei zwei bar okay wir waren früher schon mal höher dann haben wir die köpfe gemacht dann ist natürlich der laddruck wieder ein bisschen eingebrochen aber wir sind jetzt mit den neuen ladern bei zwei bar aber das ist ja eigentlich noch ist eigentlich immer ein gutes zeichen wenn man nicht so viel druck für die leistung braucht dann ist das ja besser ist aber auch hoch verdichtet der motor mit metanol ne nicht nicht mehr werden schon mal höhere verdichtung sind jetzt bei 6,8 zu 1 aber wir sind da auch immer noch ein bisschen am probieren er hat jetzt die nächste entwicklungsstufe von dem lada also da haben wir jetzt noch mal neue verdichter reingebaut und auch das schnecken gehäuse ist noch mal neu geworden das ist so der versuchsmotor wohl immer probiert wird und wenn sich das dann so langsam durchsetzt das heißt jetzt nur einen motor nehmen und versuchen den von der leistung her aber dafür anzuheben ja das ist einfach unser test motor wo wir spielen können man sieht das am besten wenn du nur einen motor hast an dem du probierst wenn du mit zwei motoren auf einem chassis bist du merkst nicht was da passiert wenn ein motor jetzt nicht richtig will der andere zieht ein bisschen mit wenn du mit einem motor alleine fährst merkst du sofort ob da sind die chassis aber gleich also könnte man jetzt auch zwei die sind komplett unterschiedlichen also hier ist der step das bedeutet wir haben noch motorenraum bauen wir gerade den obersten motor neu auf der ist nämlich eigentlich auch noch mit dem originalen lader aber wir wollen jetzt auch mit unseren einbaulader bauen und deswegen kommt eigentlich hier noch ein motor drauf und dann fahren wir dreieinhalb tonnen also er fährt eigentlich eine dreieinhalb tonnen früher sind wir auch zweieinhalb tonnen gefahren aber da wir mittlerweile drei schlepper haben fahren wir nur noch eine kasse super krass t war kraftstoffsystem da muss ja mit methanol und dem hubraum und der leistung unmengen an kraftstoff durchgehen eigentlich so wir haben pro zug circa 20 liter verbrauch pro motor also das sind so 25 kalonen spritpumpen mechanische spritpumpen und wir fördern halt quasi auf den konstanten druck weil wir diese elektronische einspritzanlage haben fahren mit circa 110 psi spritdruck und dementsprechend den druck halten wir entsprechend konstant und fördern dann halt über die die elektronischen düsen mit öffnungszeiten krass ok also zwei punkten die genauso auch wieder über den riemen angetrieben sind der vorderen bereich ist die ölpumpe die hinteren beiden sektionen und das rote vorne sieht man ja auch an diesen dezenten gartenschläuchen als ansaugung hier da geht auch mal sprit durch ok das heißt ölpumpe ist dann auch richtig eine trockensummschmierung logischerweise in dem fall sprittfeld ok verstehe also also es ist eigentlich eine gar nicht richtiges einspritzventil sondern es ist rein durch eine düse und die düsen werden innen getaktet genau was geht dann durch so ein ding hier durch das müssen ja irgendwie zehntausende 20 tausender düsen sein wenn man das in kubikzentimeter in kubikzentimeter weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht wir rechnen immer nur mit den amerikanischen werten weil es halt 675 lips per hour ein pfund heftig das war seinerzeit als wir damit angefangen sind gab es auf dem markt in europa oder so noch nichts vergleichbares in den größen und dann sind wir damals an einen händler in amerika gekommen der aus dem drugstore bereich kam und er hat dieses einspritzsystem schon für die vor acht motoren für die rennmotoren in entsprechender größe und dann sind wir halt auch den auf das system gegangen und ein pull 20 liter ja das heißt wie lange ist die zeit ungefähr für so ein pull das ist 10 bis 15 je nach reinstellung ein bisschen länger das heißt wenn man hier rein gucken könnte geht das richtig so und da genau das ist schon schon viel gibt es da klassenmäßig irgendwelche beschränkungen außer das gewicht und ein bisschen sicherheit genau es gibt also es gibt schon ein reglement das wir einleiten müssen in erster linie ist das gewicht maßgebend aber dann gibt es halt im hintergrund noch ein punktelimit das so ein bisschen motorengleichheit für alle geben soll weil das einfachste einfach ist vielleicht falsches wort aber die sicherste leistungsquelle aktuell ist eigentlich vor acht rennmotors in den usa das sind so bern anderson motoren die wenn die richtig aufgebaut sind bringen die 3000 ps problemlos sind standfest und um da so ein bisschen gleichgewicht zu behalten dass halt auch andere motoren typen und viel das ist eine vielfalt existiert das da gibt es halt dann verschiedene punktelimitierung der einzelnen motoren so dass man so ein bisschen das gleichgewicht zu schaffen dann wird halt mal das eine limit mal ein bisschen korrigiert dann bekommt der eine motor ein bisschen zwei punkte mehr dann fällt aus dem limit raus also muss ein motor weniger aufgebaut werden und solche sachen oder der overdrive für den lader wird limitiert wie man es aus der drugstore szene auch kennt so letztes punkt elektronik da einer bitte was für ein steuer wird das da drin das nennt sich kommt das ist halt aus dem amerikanischen dragster bereich ist eine relativ kleine box und ja die macht eigentlich alles nur also die macht das ist ein system das ist die efi an sich das ist alles in einer box gibt es da irgendeine art von synchronisation links rechts oder ist das egal die laufen beide einfach voll hast und werden mechanisch über die kupplung letztendlich das ist die einzige synchronisation die wir da haben also die mechanische kupplung hinten am motor und die gleichen sich dann ein bisschen an kann so ein motor theoretisch auch ein teil ist oder fährt er nur null oder eins der kann auch teil last also klar augenmerk ist bei uns natürlich voll hast aber wir kommen ja schon mal in die situation dass man vielleicht mal während des zuges ich sag mal das ist aber dann schon wenn es doof läuft dass man mal auch vom gas runter gehen muss und dann wieder nachschieben würde normal ist der zug dann auch schon für die tonne aber im vorlauf kann das schon mal passieren dann geht man ein bisschen vom gas runter schiebt dann wieder nach und da muss natürlich schon die bereiche einigermaßen programmiert haben dass das passt das ist aber nicht wie vergleichbar wie in einem pkw motor das ist sicherlich nicht so gut abgestimmt vorlaufs bereich sind wir sehr sauber glaube ich und dann also so dieser bereich den wir im pull quasi nutzen ich sag mal das ist eine drehzahlspanne von 500 600 umdrehungen da sind wir sauber und danach überbrücken wir normalerweise relativ schnell woran liegt das wenn man im lauf mal vom gas geht das könnte sein dass man genau die bahn verlassen würde links oder rechts aus der bahn kommt dass man ein bisschen vom gas geht um manchmal ein bisschen weniger leistung im rad zu haben dann kann man besser bremsen und dann korrigieren ja letztendlich über die einzelradbremse am hinterrad und ja habt ihr fahrt ihr alle oder habt ihr nur ein paar fahrer die fahren jeder seinen eigenen track oder wie ist das ja wir haben so ein bisschen aufgeteilt das fahren aktuell nicht alle leute aber wir haben schon so dass wir pro trecker in der regel mal zwei oder drei fahren so ein thema elektrik hat der irgendeine sensorik noch dran in bezug auf klopfregelung irgendwelche drücke irgendwas oder einfach nur der landerregelung oder auch nicht wir haben land da unten dran nutzen die aber nicht richtig also wir haben das mal versucht aber in der kurzen zeit der krieg das gar nicht geregelt das heißt wir eigentlich fahren wir auch nach einer festprogrammierten mappe wir haben die möglichkeit zu korrigieren und auch den computer das korrigieren zu lassen aber innerhalb der kurzen zeit haben wir eigentlich festgestellt dass das eigentlich schlecht schlecht funktioniert ich kann mir auch vorstellen dass es mit dem kurzen ausprob auch schwierig wird da vernünftige länderheit überhaupt irgendwie einzufangen also aktuell machen wir letztendlich haben wir nur auf einem zylinder das meiste machen wir dann über temperatursensor messen wir am meisten und regeln dann danach also er messt sogar jeden einzelnen zylinder die temperatur ja genau das ist also doch recht viel sensorik eigentlich schon dran ja also von der sensorik ich meine wir haben wir haben alle drücke im system wir haben ja abgas temperatur wie gesagt o2 wäre ganz interessant aber darüber zu steuern haben wir halt wie gesagt keine erfahrung mitgemacht eine sache suche ich noch zinsspulen sind hinter den blechen versteckt da kann man ungefähr sehen weil es so aussieht weil weil eigentlich methanol muss ja unendlich viel power da reinschieben von der zündung her aber das reicht eine so eine spule zwei vorzylinder er hat eine doppelzündung innen und außen liegen die zündung ok verstehe also wohl innen als außen ok aber das ist schon das heißt aber in summe logischerweise 12 mal zwei das heißt 48 spulen davon an bord ja das macht ja spaß dann wenn man einer mal aussetzer hat war fehler so zu betreiben ja wobei wir können sie alle separat testen an dem system das ist eigentlich ganz gut wie gesagt also zündleistung ist schon wirklich ein thema wir haben hier das ist noch einer das ist der letzte motor den wir noch mit einer mechanischen zündung haben so diese pro mac zündung sind mittlerweile alle schon bestimmt auf 60 ampere richtig mit verteiler und so genau das ist halt nur so ein stück weit wie es auch eigentlich original war das heißt er hat jetzt hier auch zusätzlich auch noch mal eine einspritzung vor dem kompressor das ist eigentlich das haben wir überall das ist nur wasser genau wir schicken einfach wasser zur kühlung rein das bei den selbstgebauten ladern müssen wir das machen für das verdichterrad 70 75 aluminium ist und bei der hoher temperatur wird das halt dementsprechend instabil und dann schicken weil das wasser einmal zum kühlen rein das bei den ganzen ansaugtrakt können und natürlich dass das hilft auch richtig mit der kalten ladeluft bekühlen der lüfter ladeluft machen wir eigentlich erst kalt weil wir die 13 düse oben fangen wir jetzt langsam an zu testen dass wir eine ansauganlage noch methanol rein spritzen das ist schön kalt das heißt eigentlich gar kein ladeluftkühler direkt vom turbolader im motor genau aber das methanol verbrennt eh so kalt dass es noch einigermaßen geht wenn ihr das beim autotobolader machen würdest wäre rat sofort kaputt die sind so fein und filigran das ist wirklich bei der umdrehung ist das direkt kommt ein bisschen wasser drauf macht das gleich das könnte ganz gut da sind relativ robust das ist auch noch die version die immerhin so einen halben ausbruch dran das ist eine originale laufbuchse das schon nicht die die blanke das wäre eine originale wie es aus dem flugzeug kommt das schon nachgebaute und die satteln sind auch alles von euch gefräst wie jetzt nicht selbst selbst und 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 und